Ja hallo, mein Name ist Claudio Schiesel, alias Civic von InsidePolitics. Gegen 18.30, 18.45 werde ich mich wieder melden. Bislang gibt es natürlich noch keine Ergebnisse und ich bin noch unterwegs. Also es wird ein bisschen dauern, aber der Wahlabend ist ja sehr lange, weil vor 23 Uhr gibt es ja keine Resultate. Gut, bis dann und natürlich, wenn ihr Fragen an Politiker habt, schreibt es hier gleich in die Kommentare. Ich werde die dann mir anschauen und dann kurz stellen, wenn es möglich ist, weil gedacht sind immer nur zwei bis maximal drei Minuten Kurzgespräche. Werden wir schauen, was sich ausgeht. Gut, see you!